Und, wie ist es so in der Nachmittagsbetreuung? Naja, es ist einfach super praktisch. Man macht die Hausaufgabe einfach. Das funktioniert hier einfach viel besser als zuhause, weil zuhause ist, die kommt auch noch hier irgendwo. Und hier ist es einfach, einfach schnell Hausaufgabe machen und so weiter. Das Essen hier ist auch super praktisch. Man muss nicht extra nach Hause fahren. Kommt nach der Schule, hat super Hunger, geht in den Essenssaal und isst einfach was. Danach geht es weiter in die Lernstunde, macht man die Hausaufgaben. Super praktisch. Nach der Lernstunde gibt es dann noch viel Spaß und Spiel. Da spielen wir Spiele, Tilgständis, gehen raus, gehen auf die Kellerwiese und so weiter. Insgesamt ist es einfach wunderbar hier.